Ich begrüße Sie ganz herzlich zum 89. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie im Dorin-Kongresshotel Mannheim, dem größten Tagungshotel der Metropolregion Rhein-Neckar. Wenn Sie angenehme Eindrücke mit nach Hause nehmen und sich positiv an Mannheim erinnern, dann haben wir unser Ziel erreicht. In diesem Sinne ein herzliches Willkommen. Wir freuen uns, Sie auch im Namen des gesamten MCON-Teams herzlich zum 89. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie in Mannheim und dem Kongresszentrum Rosengarten begrüßen zu dürfen. Mannheim, die sogenannte Quadratstadt, ist abwechslungsreich, international und vielseitig. Sie ist die Heimat vieler bedeutender Institute und Unternehmen. Mit dem historischen Kongresszentrum Rosengarten bietet Sie außerdem einen ganz besonderen Ort für Ihre Tagung. Wir hoffen, dass Sie sich bei uns wohlfühlen und Sie mit Fragen oder Anregungen auf uns zukommen. Wir stehen hier auch stellvertretend für unsere städtischen Partner aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Transport. Gemeinsam entwickeln wir für Sie kreative Ansätze, Kongresse, Tagungen und Seminare auch in Zukunft einen attraktiven Tagungsstandort bieten zu können. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Aufenthalt mit vielen spannenden Gesprächen unter Ihren Kollegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017